jetzt ist es schon freiwillig der drei Deckklingdeber und der herrlich gibt es mal meiner der Deckklingdeber so ein bisschen gelatscht so jetzt muss ich mal aufpassen hier auf mein Zeichen aber mit so den Trumpenmassen kann man auch ohne riesige Feuer und Eisregen abwehren ok ich hab gleich keinen Mondsilber mehr und ok Aria hab ich noch eine ganze Menge aber das wird nur langsam produziert als wenn ihr irgendwo noch Mondsilber seht und auch Aria damit ich das schneller kriege wäre das ja schön auf dem Nordpfad das Problem ist also ganz am Ende glaube ich erst aber wenn wir den Pfad nehmen hast du es in der Tasche machen meine Truppen auch ordentlich mit wer weiß achte mal wir sollten uns vielleicht noch mal mit sich sammeln weil sonst können die gleich oben einfach durchlaufen da versuchen sie es nämlich schon sofort und los und wenn gegrillt ja also ich kann also schleuderer zu produzieren ist bei mir grad schwer wer in Stein fehlt wer ist denn da bei mir so ok aber die Schrecken tun auch ihren Dienst so ich muss nur da unten bis die sind da und das ist so geil du kannst da ruhig irgendwas drauf hauen da ist er nicht mehr das sind ja nur meine Schrecken das sind ja nur meine Schrecken und die sind ja nicht allzu scheiße die sind ja nicht allzu klein ok dann hau ich jetzt mal was rauf na da oben wird es ein bisschen m ja ich komme nicht kurz alleine mit denen klarkommen ich muss wie gesagt versucht ihr mal den Platz zu nehmen ich muss kurz türmen ok ich muss mich zusammen vorwärts sofort die Linien dürfen nicht brechen jedes Lager was weniger auf dieser Karte ist ein Segen ja weil dieser Masse die die immer schicken auf jeden Fall so ich halte mal den oh Gott er kommt los ok versuchen wir uns mal am Norden ja weil im Süden befindet sich nämlich etwas was wir glaube ich erst am Ende machen wollen mhm der Endboost ne nein Cross würde ich es nicht nennen Cross warte mal bitte mit deinen Truppen und los so ok da bist du dann kommen jetzt meine Truppen da und Phenoxid schaßt es wirklich Leute passen das ist ein Hinterhalt ich glaube ich stelle jetzt mal hier die du kannst ruhig sagen wenn du ein Problem hast Phenoxid fast schon ich habe noch keinen Toten gleich mein erster Veteran gleich aber war es auch schon und los ich sollte vielleicht einfach mit meinem Helden mal reingehen ja gehen aber auch immer auf den Weltwetteran drauf sicher nicht mach damit ja sofort mir nach ja boah das lag ziemlich nervig so machen wir das ich habe schon elf erwachte Tote ganz gut und los gut ich vielleicht werde ich diese Karten noch stufe 31 das wäre sehr schön vorwärts aber richtig es wäre zwar ein Vorteil aber nun ist es halt nicht so du hast nun keine 20er Truppen ja auch ein Hermann ist natürlich ganz weit hinten kann sich gar nichts machen und das passt auch da unten alles so ja 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 sieht bei ihm schon aus ich muss mal aus dieser Enge raus nein der erste Veteran ist tot ok ich geh denen jetzt entgegen dass es mit mir geht so blöd so als wenn ich stufe 20er Truppen hätte wäre das sehr einfach muss ich mal sagen naja einfach ne einfach nicht direkt aber es wäre um einiges leichter ja schnell so weil dann wird mir meine Tote würden die alle ja noch mehr Schaden machen folgt mir vorwärts was die Sache ja auch wirklich vereinfachen würde aber ok die Tatsache dass man in den Frostmarschen auch gegen so eine Eiselfen kämpft sollte uns ein bisschen trösten aber auch nicht gerade höhere Stufen als Cross eigentlich sogar noch niedrigere es geht schon nicht zu stark auf keinen Fall mir nach und los und los gut die einzige Sorge die mich jetzt noch ein bisschen im Hinterkunft plagt ist dass viel Noxy da unten die Stellung nicht halten kann aber ich denke mal das passt das wäre nämlich ein bisschen blöd wenn nicht kommen meine Wellen überhaupt bis dahinten ja die kommen bis dahinten geflogen das ist schön und los ok jetzt fange ich auch an schon an Truppen zu verlieren so ich habe bisher noch keine verloren ne ne doch ich schon ich habe ein paar verloren weil ich nicht genau weiß was für welche ich glaube Skelette habe ich auch schon wieder verloren aber ich glaube auch ein oder zwei wie Heavox oder Todesritter oder äh Kriegsherrn ein ein feiger Angriff gut wie Noxy scheint das da unten zu schaffen das ist schön ja also die meisten also das sind ja nicht alle die Eisschlag machen die meisten machen ja nur einfrieren oder den Diener beschwören das ist ja nicht ganz so schlimm oder hm ne nur nervig ja der Eisschlag ist ja das was bei den Schaden macht was ist das hier unten das sieht irgendwie komisch aus Oh da unten ist kein Lager Nö nur eine Stelle die komisch aus Oh da oben kommen ein paar und los da kommen ein paar wir sind der Tod ja folgt mir aber es ist gut dass Phenoxy das da unten schaukelt das freu dich zu wissen und jetzt ist ihm noch die Zeit gekommen wo ich gerade diese eine Lage angreifen will ey schmort in der Hölle Mistviecher und los komm dieser Ratten auch schon folgt mir auf geht's vorwärts o wartet wartet ich habe Lust zu ärgern wenn wenn ich mal durchkommen würde oh das das ist Portal Zurückkehr ok es ist aber noch nicht zu Ende keine Panik da kommt noch ein bisschen was das ist relativ komisch gesetzt aber gut wird jetzt lieber hinter dem anderen Bogen n Prozent ne ein Feuerregen ja ja ich wenn ich wieder Mahn habe dann ja ok solange keiner reinrennt sollte das gehen ich werde mich bemühen nicht rein zu rennen mach das ok jetzt meine Truppen bewegen sich aktuell sowieso nicht ich so fort oh Gott so fleiß aber das schaffst du noch oder naja wenn ich auch egal ich werde jedenfalls nicht durchkommen lassen auch wenn ich über Truppen verliere das wäre egal gebt euren Befehl glitzt hat der Tod ich lass die Kisten jemals bekrosselüber yay Kisten sie sind überall ein feiger Angriff mir feindlicher Angriff hm 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 ah meine Hand mit einem Versuch jetzt will ich noch sie sind überall und los mir nach der Tod ist nur der Anfang gut verstärkt die Deckung so so ähm nicht weiter vorgehen ich wolle mal die bisschen ärgern mal sehen ob es klappt wo stehen da geht ja mit ner Feuer und nicht mit ner Eiswelle äh regen meine ich ja ja gleich kommt gleich kommt gleich kommt ja die sind schon ein bisschen nah dran ja das wird nicht weiter rennen nicht weiter rennen ja ich geb mir Mühe nicht weiter rennen wir sind der Tod scheiße alter wenn der Feuerring vorüber ist dann können wir los wir passen zwar lagen ja nicht hm hm und los mir nach oh es scheint vorbei zu sein ok folgt mir gut jetzt muss ich mal gucken wie so mein Holz bestellt ist da hm ja ja ha 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 um gut zwei jetzt klagen bei uns schon mal ausgelöscht mit genau so Und je mehr wir vernichten, desto stärker werden wir. Ja, desto einfacher wird es zumindest dann nicht mehr so viele Gegner kommen. Eure Gegenwehr ist vergebens. Für die Ehre. Ruhm und Ehre auf mein Kommando. Schnell. So, was ist denn in den Kisten drin? Utraner, Meisterarmbrust und Kars-Axt, Kriegerstahlhelm. Gibt das wirklich nirgendwo mehr Stein? Nope, ich glaube nicht wirklich. Okay, also die Havocs-Tonovie für ihn dient die Todesritter auch. Auch mal so eine Idee bei den Dunkelhelfen 80 Todesrittern und die ihre Auren, das muss so ziehen. Ja. Also ich nehme an, also was ich bei dir sehe, sind Kriegs- und Todesritter, Hexenmeister und Havocs. Hm, oh, oh. Also Hexer und Hexenmeister kann man beidermaßen bauen. Die Hexer machen halt schnell schon die Todesritter halt den großen Schaden. Ja. Ich sehe Asstin, dann du baust auch noch Asstin. Okay. Ich, ja. Wobei Kriegsherrn sich mehr lohnen, weil... Äh, ich habe kein Mondsilber mehr. Oder kaum noch. Okay. Das ist das Problem, aus dem Grund. Ich habe so viel Eisen, ich kann... Brauche ich noch Eisen? Nein, Eisen habe ich viel. Phenoxi? Brauchst du nicht welches? Drei, neun habe ich ja. Ich habe noch, ich habe noch fast 4000 Euro. Weil ich sehe hier noch 2500 Eisen im Norden. Ja, ich weiß. Nee, Eisen habe ich auch noch fast 4000. Hier ist so eine enge Stelle. Haben wir die Kisten aufgesammelt? Ja, habe ich aufgesammelt. Guuuut. Tja, ist da im Norden eigentlich noch was? Auf der Anhöhe? Ein ehrloser Hinterhalt! Silberglitzer der Gerastung kurz. Ich würde sagen, hinter dem dicken Durchgang wird sofort ausgerichter. Vielleicht so ein bisschen besser. Okay... Wie weit ist Vinoxia da? Heser... halten kann ich kein großes oder oder kommen oder kommen nach unten weniger leute als hier oben auch naja ich habe schon zwei lager weg also es kommt hier nicht mehr auch ja